Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute werde ich euch zeigen, wie ich mich immer dehne. Das sind so meine Dehnübungen, die ich hauptsächlich für Spagat mache, aber natürlich auch für anderes, aber hauptsächlich wirklich für Spagat. Und jede Übung halte ich so 30 Sekunden bis eine Minute. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war es jetzt mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder vorbeischaut. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.